Ich lieb's, dass wir heute shoppen gehen. Cool, dann gib mal ein. Man könnte meinen, dass ich mich besser in Berlin auskenne, nachdem ich schon zehn Jahre hier bin. Wer den ganzen Tag im Atelier sitzt? Ja, das stimmt. Ich habe gar keine Zeit zum shoppen. Friedrichstraße, oder machen wir? Ja, würde ich auch sagen. Das ist auch echt easy, alles einzugeben. Das mache ich eigentlich ganz gern. Ich bin da nämlich normalerweise nicht so die technikversierte. Weißt du, was ich cool finde? Dass es ein Touch ist, dass du es nicht hier in einem Rädchen drehen musst. Rädchen pack ich auch gar nicht. Friedrichstraße. Super, let's go! Irgendeine Nummer. Weißt du übrigens, dass es jetzt La Durée gibt da vorne? Was ist meins? Nein? Macarons? Ich liebe alles Süße. Ja, nee. Dann holen wir Macarons und gehen dann shoppen. Kalt! Dir ist urkalt, mein Schatz. Aber ich kann schauen, dass du deinen warmen Po hast. Hier, zack. Dankeschön. Das ist so herrlich. Das ist nämlich etwas, das ist das erste Auto, das ich habe mit einer Sitzheizung. Das ist das, was ich immer verehrt habe als Kind. Weil ich glaube, mein Vater war der einzige Mensch auf der Welt mit einer Sitzheizung. Das war für mich immer der allergrößte Luxus. Und jetzt fühle ich mich ganz schön cool, dass ich auch eine habe. Wir hatten keine Sitzheizung. Aber ich spüre es jetzt tatsächlich. Es geht ziemlich schnell. Aber du musst aufpassen, dass es auch nicht zu heiß ist. Weil manchmal hat man das Gefühl so... Man hat etwas zu warm im Po. Ja.